. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Trophen treiben! Trophen treiben! Ja, okay, Kleinigkeit. Die Leute hier kommen, aber sie haben eigentlich nichts anderes erwartet, dass man sich das hier nicht bieten lässt. Die Leute hier sind schon so lange, die sind schon von ihren Kunden sowieso. ... ein Stück lang gefängstigt... ... ein Gartel-Paket... ... hat noch Fragen... ... auch hier freundlich in der Pokalice... ... wir hinter mir... ... die mit 20€... ... Halt! Ich wollte noch etwas übergeben! Ich wollte noch etwas übergeben! Das ist für die Kamera... ... bis sie mit 20€ einsteig... Alles klar, weitermachen. Die Räume des Räume des Räumees Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Kirche 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 Die Kirche